hallo und willkommen auf meinem kanal und zu einem neuen video ja wir sind mal an der voltshow und tagsüber angeln wir die laube und nachts gehen wir auf quappe beziehungsweise hoffentlich auch weil eigentlich soll hier auch der aal gehen werden wir später testen erstmal gucken jetzt gleich wo wir stehen was wir treiben lustigerweise springen als jeder das der frosch hat ja wohl wie geil ist das denn seltenes phänomen hat er den frosch gesehen ja egal auf jeden fall hatte ich ziemlich langeweile über tag geht ja nichts ab hier dann habe ich hier also wir angeln hier quasi auf quappe oder aal heute abend und hier gehen einfach mal erlauben lustigerweise habe ich einfach mal so reingeballert und erstaunlich gut eigentlich also ich hatte so einen guten halben tag über tag geangelt und dann hat die nacht vor einigen stunden ihr seht ihr euch angefangen mit lauben sogar eine 142 gramm trophäenlaube war dabei hätte ich mal sehr gerne in blau deswegen versuche ich weiter und immer weiter ja und dann war die nacht dann haben quappen gewissen und ja dann habe ich morgens noch mal kurz reingehalten für ein paar lauben größte kappe war 5,8 kilo also waren jetzt schon 200 silber alleine diese trophäenlaube bringt staatliche 42 silber sehr interessant und ja war wie gesagt 200 silber für ich sag mal ab 3 uhr in game nachmittags bis es dunkel wurde mit den lauben und dann auf quappen bzw auf aal ich hatte hier mit 10 meter clip probiert wir werden es heute nacht mit einem 8 meter clip probieren nochmal ja und wir stehen hier also man setzt einfach rüber hier an dem an dem steg dann ist man sowieso hier läuft man bis hier bei f6 und da sind wir bei 106 92 habe 18 cm tiefe wer für 30 prozent aus der treibt hier wieder nach links nach rechts der schwimmer der kommt einfach wieder zurück und meistens kommen dann auch schon die bisse und ja auch lauben bringen mittlerweile geld klassischer fliege 22 erhaken nix wildes einfach durchgehendes fluorocarbon das war's so kann man sich auf jeden fall die zeit vertreiben bis die nacht wieder anbricht das werde ich jetzt auf jeden fall machen bis es dunkel wird dann sehen wir uns dann im dunkeln wieder quasi wenn es auf quappen oder hoffentlich auch endlich all geht ich habe den kescher gesehen der hatte auch ich sag mal versetzt geangelt in der ersten nacht auch vier alle in der zweiten nacht auch vier alle mit trophäenal auch sehr interessant ja wir sehen uns heute haben wieder und dann gucken wir mal quasi ob alle gehen oder von mir aus auch gerne schöne quappen so halb elf in game jetzt haben wir die ruten raus oder beziehungsweise die hollen quappen ruten ich habe jetzt wie gesagt mal auf acht meter geklebt dann gucken wir mal weil ich hatte gestern abend auch schon mal hier probiert da haben welche alle gefangen im chat gesagt acht meter haben sie geklebt deswegen wollte ich das mal probieren ja und wir standen eben halt hier und haben hier vorne die lauben geangelt und entstehen wir eigentlich genau hier an diesem strauch neben den schilf hier acht meter clip und quasi haben wir einfach nur ich habe eine geflochtene schnur neun kilo so ein graues und ich benutze immer gern blattes hier ist groß einsehaken für fleischige sachen wie würmer oder fisch fetzen ist völlig in ordnung und der tag war auch noch gerade echt gut ab hier genau hier hat es angefangen dann das wurde jetzt noch alles gefangen auch ein paar frösche dabei kann man nicht schmecken wir gucken jetzt mal was die nacht so bringt ja sehen wir uns am fisch machen gucken mal was wir dann an zwei nächten und anderthalb in game tagen auf die lauben so verdient haben so wollte ich mal kurz melden auf jeden fall weiß fröhlich hier auf acht meter also das dürfte eine kappe sein ich habe zumindest einen kleinen a bekommen können also die hoffnung ist ja auf jeden fall da und macht auf jeden fall spaß wie gesagt hier auf die lauben zu klatschen und nachts ja vor dinge zu sein vielleicht doch ein schöner zu kriegen auch wenn die quappen hier richtig loslegen aber ich habe auch gerne auf farben ist das egal nur jetzt vor fünf minuten quappe quappe 500 gramm a zwar nur egal und noch zwei quappen ja ist auf jeden fall schon ein schönes cash alle und ja vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen aal wir sehen uns am fischmarkt auf jeden fall egal was kommt kann man ja nachher gucken in diesem sinne bis am verkaufsstand so da sind wir an der wöchmarkt da kriegt man in die boot so ich habe mal zusammengezählt so 80 minuten also anderthalb stunden haben wir geangelt 365 silber ist völlig in ordnung wir gucken mal eben die lauben preis nur die trophäe 45 silber und das ist völlig in ordnung sag ich mal für anderthalb stunden an der world show wo man mit level 20 hin kann kann man nichts meckern also hier kann man auf jeden fall zwei fliegen mit einer klappe schlagen auf jeden fall sehr schön ja bedanke ich mich fürs einschalten könnt ihr auch mal probieren vielleicht habt ihr mehr glück mit dem aal da an der stelle ich eben nicht aber egal so ist es eben ein quappenspot und drei meter links daneben ein laubenspot in diesem sinne petri dank macht's gut und tschüss an